So, hallo Leute, so, neuer Patch kam mir heute, äh, gestern, heute würde ich schon sagen, gestern auf Playstation 4 und 5, so wie es aussieht, wurde etwas gefixt, äh, womit ich so schnell nicht gerechnet habe, und zwar, man kann jetzt endlich wieder den Battle Pass verschenken, ja, man kann ihn verschenken, das heißt, ähm, bei denen, äh, diejenigen, die den Battle Pass natürlich noch offen haben, ähm, ich bin, heute, haben wir schon neun Tage, ähm, ich würde heute Abend, ich denke mal, gegen 10 Uhr streamen, und, kommt dann mal in den Stream, äh, und, sagt dann so und so, irgendeinen Metal Pass, damit wir, damit wir das auch endlich hinter uns haben, ne, Ja, dann, wünsche ich euch vielleicht mal ne schöne gute Nacht, und, toi toi toi, dass es, dass es wieder geht, dass man ein Mittelpaus verschenken kann.